Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei den Schritten durch die Apokalypse. Die Inhalte der Apokalypse des Johannes sind sehr umfangreich und kompakt formuliert. Liest man zu viel, besteht die Gefahr, den Überblick zu verlieren und die Fülle der Gedanken nicht mehr fassen zu können. Wir werden uns in kleinen Schritten Gedanken über die Texte der Offenbarung machen. Damit sollte der Inhalt verdaulicher sein. Nach jedem kleinen Häppchen folgt ein kurzer Kommentar, der den wesentlichen Gedanken oder einen Aspekt des Textes zusammenfasst und eine Anwendung auf das eigene Leben vorschlägt. Wir schließen dann auch immer mit einem Gebet ab. Heute machen wir den ersten Schritt. Wir beginnen mit Offenbarung Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus. Alles, was er gesehen hat. Das bekannte Schreckenswort Apokalypse bedeutet Enthüllung oder Offenbarung. Es geht in dem letzten Buch der Bibel um das Ziel, das Gott mit der Menschheit hat. Gott schickt seine Vision und Johannes brachte alles zu Papier. Er übermittelte uns dadurch das Wort Gottes oder das Zeugnis von Jesus. Er behauptete, keine von ihm erfundenen Geschichten zu erzählen, sondern Post von oben bekommen zu haben. Die Glaubwürdigkeit dieser Aussage kann dann beurteilt werden, wenn man sich auf den Inhalt einlässt. Wir erhalten hier die Möglichkeit, unser Leben aus einer neuen Perspektive kennenzulernen. Die Offenbarung ist ein Brief, eine Botschaft von Gott an die Menschheit. Sie ist aus einer Dimension, die wir nicht erfassen können. Und aus dieser Dimension bekommen wir Nachrichten über diese Erde und unser Leben. Wie sehr wollen wir doch den Anfang und den Ursprung des Lebens verstehen. Wie gerne würden wir die Geheimnisse des Universums lüften. Die Wissenschaft bekommt immer mehr Einblick in die Komplexität des Lebens. Gott kann sie darin erahnen, aber beweisen kann sie ihn nicht. In der Offenbarung des Johannes bekommen wir konkrete Botschaften für unser Leben. Gott zeigt uns auch mit der Offenbarung, wie er ist und was er mit uns und der Welt vorhat. Wollen sie diesen Gott besser kennenlernen? Dann lade ich sie zu folgendem Gebet ein. Gott im Universum, wenn es dich gibt, dann will ich dich finden. Hilf mir, beim Lesen der Offenbarung zu verstehen, was du mir sagen willst. wenn es dich gibt. Ja, Gott im Himmel, wenn es dich geben sollte, dann bin ich offen für deine Nachrichten. Amen. Liebe Zuschauer, das nächste Mal werden wir uns in einem weiteren Schritt durch die Offenbarung Gedanken zum Thema Glück machen. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Auf Wiedersehen. Ich wäre irgendwie uns- ant» begegge